Servus liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Gmod Horror Map und zwar heute mit dem Mushroom und wir spielen Frozen Winter und ja wir spielen jetzt schon circa eine Stunde und hatten kleine Startprobleme mit der Taschenlampe die wir jetzt aber gefixt bekommen haben ja er muss aber noch nichts angeguckt wir haben das gerade als geraffte beziehungsweise eingestellt so ich schau mal ganz kurz okay me and my family are going on vacation today to a small village far from the city it's going to be a three hour drive was possible snowstorms but I'm sure we will make it Dominica and Antium can't wait to get there they have been hyped all the day long I had to find something for them to do it would stop asking question later I packed their things and helped Vika with her stuff after some time we were ready with everything we are going to live in medium house oh und weg ist es okay das ist aber nicht schlimm also die Eltern sind quasi auf Urlaub also wie ich das verstanden habe und die freuen sich drauf und ja haben das Haus verlassen und wir haben uns dann irgendwann hier wieder gefunden mit einer Schaufel und einem blutigen Boden ja absolut passiert ist wir sagen wir gehen einfach mal hier hinten lang und guck mal ob wir zum Haus kommen du siehst aus wie ein Lehmkuchen bei mir wie ein was ein Lehmkuchen ach nein echt guck mal da oben steht jemand am Fenster alter oh fuck okay es ist so schön wir waren eben schon mal bei dem Haus das will ich gleich dazu sagen aber jetzt sehen wir es quasi zum ersten Mal weil wir eben bisher keine Taschenlampe hatte und ihr seht hier das ist alles schwarz und wir wussten nicht mal wie man reinkommt so krass guck dir das mal an was eine starke Taschenlampe ist wow alter okay Dr. Irmans Family House okay das heißt wir können uns jetzt hier auch mal schon mal ein wenig umgucken alter wie schön das ist wenn man sich umgucken kann äh wir sind eingesperrt okay okay wow okay was war das ach das kam von oben hörst du das absolut man das hört sich wirklich kacke an okay deswegen sind wir das letzte Mal auch hier nicht hochgekommen weil das blockiert ist und dann wir durchsuchen mal die Zimmer alter was war da da war das Vieh gerade was oben am Fenster stand von außen okay ich hab nichts gesehen bei mir war alles nur weiß warte mal der Riverside Platsch hier geht es quasi um die Hütte äh ja äh der Urban Family das hat Lush Countryside located ach hier geht es um die Familie die hier leben oder die gelebt hat okay als die Familie am 30 September eingeschlafen ist ist ein ungebetener Gast in das Haus eingebrochen und hat alle getötet oh krass was macht der Tisch da das wow keine Ahnung ich würde sagen wir gucken erst mal woanders hin wir sind wir sind noch mehr von den Zimmern okay bis jetzt will ich sagen finde ich bleibt ziemlich geil mit Taschenlampe fetzig okay mach schon dann geh du mal vor bitte ich würde sagen wir die anderen Räume die ja ja genau ja ja abgeschlossen hast du ja nix was war das das hat sich angehört als ob jemand da abgestochen worden ist ja wurde echt jemand abgestochen da blinkt etwas auf dem Bett oh shit pickt up a key wir haben Schlüssel aufgenommen oh geil alter die wurden hier abgestochen die wurden verbrannt mhm wir kommen wir nicht mal raus alter wir müssen irgendwas finden wenn wir wieder rauskommen ich krieg's nicht auf geht nix auf geht nix auf mit e gell ja hier ist die aktionskarte ja 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 lol ok krass hä wir hatten noch die Schlüssel aufgenommen pickt up a key ja das stimmt wie ist es bei euch aus wie kommen wir hier wieder raus ist die große frage Bo Alter, was war das? Wie hast du das denn gemacht? Ich war das nicht Die Leichen sind weg What? Ich bin tot Wie, du bist tot? Ich war tot Wow Hier passiert gerade irgendwas richtig komisches Ich komm zurück Hallo Alter Alter, was passiert hier gerade? Ich komm nicht rein Wie? Stehst du vor der Tür? Ja Ich weiß überhaupt nicht, was hier gerade abgeht Kann ich mich irgendwie Kann ich mich nicht teleportieren oder so? Ich komm Oh, die Tür ist wieder offen Ach, du kommst von außen nicht rein Ja Ach so Äh Drück mal V Warte mal Äh, funktioniert nicht Probier jetzt nochmal Ach scheiße Jetzt kriegen wir dich hier nicht mehr rein Scheiße, Freunde Du musst ganz schnell die Schlüssel finden Ja, warte mal Wow What the fuck? Okay, ich hab wieder den nächsten Schlüssel Meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld Wir haben ein altes Familien What? Okay, das ist ein sehr, sehr schönes altes Familienfoto Ich beeile mich Ich find's richtig geil Help, was war das? Der Dachboden ist wieder offen Oh, ich will jetzt nicht auf den Dachboden Mushroom Komm rein Wo bist du, Mann? Aber ich komm, ich schaffe es nicht Fuck Wie kann ich dich hier reinlassen? Wieso bist du überhaupt gestorben? Ich hab keine Ahnung Irgendwas hat mich gerade getötet Du kriegst die Tür auch nicht auf, gell? Loll, was war das? Ich weiß es nicht Ich krieg die Tür auch nicht auf Nee, warte Ich geh kurz auf den Dachboden Vielleicht find ich da Schlüssel Oh Gott Wie kannst du mich Oh, Freunde, es tut mir leid Wie kannst du mich hier nur allein lassen? Sekunde Nein, ich kann hier nichts aktivieren Ja, ja, ich mach Hier ist eine Crowbar What? Okay Ich hab eine Crowbar What? Hörst du das? Absolut Ich hoffe, du bist wenigstens in Gedanken Bein Alter Alter What the fuck? Wer bist du denn? Äh, kann ich das nicht irgendwie ändern, dass ich zu dir komme oder so? Okay, ich bin draußen Sekunde Alter, was? Something weird is going on People are spreading rumors about some person who seems to roam the forest at night to be honest Last night I saw a dog figure between the trees I thought it was imagination day Okay, es geht quasi um ein Gerücht rum dass einige Leute ein schwarzer Gestalt gesehen haben draußen im Wald Und, ähm Ja, wir müssen diese Person jetzt wahrscheinlich finden Ich bin aber schon mal aus dem Haus raus Sooner, we have to get a pine tree von, äh Sooner, ready, presents Okay Sekunde Ich muss nur ganz kurz warten bis Jetzt ist es weg Okay Wir sollten uns beeilen I should move on Wo bist du, Alter? Ich bin jetzt Ich bin jetzt beim Haus wieder Draußen Außen? Ja Okay, warte Ich komm Komm mal auf die andere Seite quasi Mach ich Ah, da bist du Sehr gut Alter Ich glaube, wir müssen jetzt hier lang Okay, vielleicht doch nicht Da geht es nicht weiter Vielleicht, vielleicht hier drüben lang Ich weiß es nicht Auf jeden Fall weg erstmal Oh, da hinten war was Komm mal mit Ja, ich bin etwas weiter hinter dir Aber ich komme Hier ist ein Scheune oder sowas Das ist noch ein Haus Siehst du das? Ja Okay, lass den mal reingehen Oh! What? Jetzt hab ich aber ganz schön zusammengezuckt, Alter Okay Geil gemacht Grünes Auto Nicht meine Schuld Grünes Auto sind immer gefährlich Nicht meine Schuld Wo steht es? Statt da eben Hast du es nicht gelesen? Achso Tja, die Frage ist Es bringt uns hier mal gar nichts Ja, komm, wir gehen mal kurz Wir gehen mal weiter, ja Da hinten Hier, komm mal mit Komm mit, komm mit Da hinten ist was Noch ein Auto Oh Siehst du das? Ja Lass mal hier weitergehen Ganz schön Oh Not done yet, not done yet Ah, not done yet, ja okay Hm, die Frage ist halt Wo muss man hin Als nächstes Da oben Lass uns nochmal zu der Scheune gehen Ich glaub da war noch was Ja, ich Stimmt, da ist ja noch was Da hättest du so eine kleine Hütte oder sowas Ne, hier ist ein Container Da, da ist ein Schlüssel Beim Lagerfeuer, warte mal Nice Wir haben wieder Das ist ganz schön Sunny weather The children had fallen asleep Once again Blablabla 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 And you guys people And there is a small river here that isn't Okay Würde ich jetzt leider nicht alles lesen Es liegt immer noch da oder was Ja, okay Aber es Muss ja hier irgendwas geben In der Scheune muss doch irgendwas sein Ich auch nicht Oh, wir sind wieder in der Werkstatt Da liegt was Random Keys Random Keys Sehr geil Random Keys Was soll das denn bedeuten Wir sollten abhauen Okay Ja, kommen wir mal mit Ja, kommen wir einfach mal mit Vielleicht geht hier drüben lang Ne Warte mal, vielleicht sind die Schlüsse für das Auto Vielleicht kommen wir jetzt hier hinten lang Du bist hinter mir, gell? Ich bin hinter dir, ja Okay Nee Aber vielleicht können wir jetzt hier hinten weiter Ja, kommen wir sogar Okay Das wurde jetzt freigestellt Das heißt hier muss ich irgendwas Das ist geil, okay Da ist eine Brücke Das ist eine Brücke Äh, oh Oh mein Gott Ist aber zu Ist abgesperrt Nee, die ist nicht abgesperrt Doch, ist abgesperrt Warte mal Hier ist auch noch irgendwas Hier ist so eine Art Laster Und da ist ein gruseliger Baum Der hat bestimmt auch noch irgendeine Bedeutung Ein gruseliger Hieß du den? Gruseliger Baum Hier ist ein Reifen Den kann ich mitnehmen Wieso kann ich den? Oh, hier ist eine Notiz Oh mein Gott, Vorsicht This is horrible Der Almas Family Die Almas Family wurde brutal ermordet Alle von denen Alle von denen Wer könnte das getan haben After the mysterious person Seen around their house Did they do that? Why would he do this? Everyone is afraid Dominik Ach man Alle, wie schnell das einfach weggeht Aber ihr könnt das ja gerne durchlesen Ja Also da ist irgendjemand Der hier rumschleicht Ich guck mal ganz kurz bei dem See hier Oh, ich hab was gefunden Da ist ein Riesenhaus, kann das sein? Nee, das ist ein Berg Oh nein Warte mal, vielleicht können wir da aber drauf Auf dem Berg Oder müssen da so eventuell Ja, da ist ein Haus auf dem Berg Das hütter mir Okay, perfekt Okay, richtig gruselig Ein Haus auf dem Berg Ich find's geil Abgesperrt Dammit Locked Oh ja, der Schlüssel Warte, wir haben noch einen random Schlüssel bekommen Wirst du das? Sekunde Bist du das? Jetzt haben wir offen Wie hast du das aufgemacht? Indem wir einfach den random Schlüssel benutzt haben Wie hast du den benutzt? Das hat er automatisch gemacht Ah Okay, du darfst da reingehen Oh Okay Komm, geh rein, geh Komm, go, 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 go Da ist was neben dem Bett Nimm das mal auf Oh, das ist alles Okay, komm, dann Bring mir meine Puppe Bring mir meine Puppe Ja, richtig Bring mir mal meine Puppe Verdammt Okay, wo ist die Puppe? Oh Such die verdammte Puppe Warte mal Wo geht's hier hin? Abgeschlossen? Kommen wir hier oben rein? Da oben können wir nicht hin Ach, hier sind noch weitere Räume Okay, wir brauchen die Wow Da war sie gerade wieder Wir brauchen die Puppe von ihr Da ist viel Blut irgendwie da In dem Schrank Meinst du, das ist die Puppe? Ne Bedeutung, ne Bedeutung? Ne, das What? Hm Bring mir meine Puppe Wo soll die Puppe sein? Was ist das? Bring me my doll Bring me my doll Ich schau doch mal draußen Ich komm nicht raus Oh toll, wir sind hier eingesperrt Hm Hier oben kommen wir auch nicht durch Auf den Dachboden Das muss ja hier irgendwo sein, oder? Irgendwas muss hier sein Oh Nice Badroom keys Gefährlich Oh mein Gott Okay, hier wird wahrscheinlich die Puppe irgendwo sein Wow Ne, schon wieder Alter, das Gesicht Ja, ich hab's gesehen Hast du dich gerade verschluckt? Ja Okay, lass mal rausgehen Hast du was gefunden? Ne, aber vielleicht haben wir jetzt irgendwas anderes geunlockt hier Bring me my doll Wir müssen Wir haben noch die Puppe Okay, das heißt Es muss doch noch irgendwas im Schlafzimmer geben Irgendwas muss es hier geben Irgendwas muss es hier geben Moment, das schlapp aus Aber hier ist doch gar nichts Oh Hä? Ja, warum soll das denn schon wieder gebunden? Keine Ahnung, ich hab die irgendwo aufgesammelt Bathroom keys Oh, da ist die Puppe Oh mein Gott Ich hab die Puppe Was? Was? Lass abhauen Ich hab die Puppe Alter, hörst du das? Was war das, Mann? Ist der Dachboden Danke dir Thank you Was? Oh, da kommt da was Ich hör's auf jeden Fall Es sieht so aus, als ob da jemand gelaufen wäre Guck mal, hier hat die Blutspur Ja Oh, der Dachboden ist offen Komm hoch Oh, du scheiße Nein Ich fang gleich an zu schreien Hätte ich was auf den Tisch Was? Warum, nein Warum würde das passieren? Er killt sie, er killt meine Familie Warum Dominika, Antone, Vika All of them dead Fucking dead Weil er außerhalb Ich hab sie nicht Ich hab sie nicht verteidigt Es ist meine Fache Es ist meine Fache Wir sollten die weg Wir hatten die Chance Jetzt sind sie tot Ich geh' zu fucking find' Ich geh' zu fucking find' Ich geh' zu fucking kill' Ich geh' zu fucking kill' For what he did Ich hab' das geschrieben While hiding in der attic Ich geh' zu Äh Ja Okay Das war das Vieh Lass hier runter gehen Direkt Besser bestimmt mal nur dich Ja, irgendwie schon, oder? Du sollst mal vorgehen So, warte mal die Brücke Hier ist der Lasse Da vorne ist die Brücke Bist du hinter mir? Ja, ja Geh du mal vor Ja, okay Wir kommen auf jeden Fall durch Oh, Alter Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Es wird immer schlimmer Hab' ich das Gefühl Ja Ist er auf dem Blaster? Geh' mal weiter Okay Okay, woher laufen wir? Erstmal mal geradeaus durchlaufen Da ist doch schon Hier ist ein Bootsteg Oder sowas Hier ist ein kleiner See Da sitzt jemand Wo? Ja, da sitzt jemand Am Boot Geh' mal Geh' du mal hin Komm, geh' du mal hin Hallo, wer bist du? Alter, fuck off Du bist weg Okay Okay My fault, my fault, my fault My fault, my fault It's not my fault Sagt er am Ende Das ist korrekt Ja, was jetzt? Okay Ja, lass mal mit dem See drum herumlaufen Ich hab' ehrlich gesagt Keine Ahnung Irgendwo muss ich ja hier weitergehen jetzt Boah, ist richtig krank, man Ich find' die Map geil Ich find' die Map gar nicht mehr so scheiße Falsche Richtung Wir müssen wieder zurück Bist du noch hinter mir? Ja Ich bin hinter dir Ich find's gar nicht mal so verkehrt Ich find's gar nicht Ich auch nicht Ich auch nicht, ich mach's Spaß Jetzt wo wir das Taschenlampenproblem gelöst haben Ja Ah, hier hinten ist auch schon Schicht mit der Map, oder? Ne, hier ist ein Haus Oh mein Gott Bist du da mehr? Ja Okay Okay, hier geht's rein Wo? Ach hier, aber ist ne Tankstelle oder sowas Okay Ivans Gas Station Ivans Gas Station Ivans Gas Station Ey Ist er bereit? New Yorkers Romanov Familie The Romanov Familie is a medium Mann Ich seh doch nix, wenn du über die Dinger aufsammelst Wie das jetzt nix? Ich hab grad wieder dieses Papier vor der Fresse Du nicht, oder was? Doch, doch Ja Geh doch weg Ne, ich kann's leider nicht weg machen, das ist Jaja, du musst warten, bis die Zeit abgelaufen ist Das ist anscheinend jetzt zeitlich getriggert I shoot no one Was? Ich glaube, wir sollten das nur lesen Okay, Ivan Du bist schuld, Ivan Warte mal, das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich Kann ich aufs Dach hier? Aber hier ist nix Doch, da ist auch noch was auf dem Dach Da liegt noch was Da liegt echt was Alter, ist es für hier? Ja, oh das, oh das Red for her Tod, Tod, Tod Meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld Okay Okay, ja komm, lass uns mal weiter Genau, da Bist du hinter mir? Ja genau Musst ja hier lang gehen Andere Seite gibt's ja nicht Aber mal geradeaus durch Jo Da hinten bist du Da sind Zäune oder sowas Ja, da ja, da stimmt Siehst du mich? Den ich Wo bist du? Genau, hinter dir Okay Hier scheint es anscheinend rein zu gehen Das sieht richtig gefährlich aus hier Hallo WTF Die Fernsehstation, okay Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo reinkommen Hier ist auf jeden Fall so eine Art Generator Den ich mal eben angemacht habe Einfach mal anmachen? Ja, hab ich gerade, ne? Was ist das denn? Da brennt ein Baum Guck mal Schön Ja Der ist einfach dagegen gefallen Jetzt kommen wir wahrscheinlich hier rein Ich hab Angst Okay, jetzt gehst du rein Sieht schön aus Ja Probier mal gleich den Raum hier hinten Okay Da ist einer Da ist einer tot Und Wer Wer bist du? Das auf jeden Fall ist alles an Aber was Da schaut sich nur die TV Station an Okay Hier ist ein Zettel Das ist mein letztes Meine letzte Verabschiedung Ich kann ihn hören Er Schleicht draußen rum Er wird mich beide töten Ein Wicker Och Mann Sekunde Wicker Dominica Antium Ich will Ich werde euch erwarten Ich werde euch erwarten Und Bitte vergebt mir Vergebt mir Wir scheinen kurz vor dem Finale zu sein Hab ich das Gefühl Die Frage ist derzeit Er ist da draußen auf jeden Fall Ja die Frage ist Was muss man jetzt hier machen Ich hab keine Ahnung Oder müssen wir jetzt einfach wieder raus Ich hab keine Ahnung Wo hin Indem wir das Ding hier lösen Da kommt ein Hubschrauber oder? Ne das ist der Generator Okay wir müssen hier draußen die Tür öffnen Vielleicht kann man das von innen machen Vielleicht kann man das von innen machen Ja das sind tausend Sachen die man drücken kann Bei dem Kerl da drin Stimmt Richtig Warte Du hast vollkommen recht Ich hab irgendwas aktiviert Ich auch Frag mich nicht was Ich geh mal kurz gucken Ja ist offen Kannst rauskommen Ja ist offen Geil So muss es laufen Wo war das? Ja Hallo Also ich müssen da hoch Ich Ja Oh Oh Ich bin auch rein gefallen Warte mal Kommst du? Ja Komm lauf wieder vor Viel Spaß Ich lauf am Rand Oh das ist nicht geil Warte mal Au 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 Wenn wir jetzt hier hoch kommen Ah Ich war doch grad oben Ja Hä? Warte mal Wie hast du das gemacht? Achso Einfach dagegen laufen Ja aber wie machen wir das? Das sieht ziemlich weit aus und ich hab keine Lust zu sterben Ja Ich hab's irgendwie geschafft Ducken Ducken kannst dich auch gell Okay Ready? Ja ready Okay Bin ich cool Ja was machen wir eigentlich hier oben? Ich weiß nicht aber es geht noch ein Stück nach oben Oh mein Gott Äh wie sollen wir jetzt denn hier hoch kommen? Lol What? Achso einfach hier hoch laufen Hast du's? Über die Stäbe kannst du by the way mit Ducken laufen gell? Hier drüber Einfach ducken und hier langsneaken Ohhhh Alter ich werde weiter runter gefallen Ich sehe es kaum ich werde hier runter fliegen Ja am besten immer So wie jetzt? Am besten immer mit Ducken arbeiten würde ich gerade sagen Nicht so viel Sprinten dann fliegst du auch nicht runter Ja okay Okay wir haben es gleich geschafft Hast du? Bist du hinter mir? Ja was war das? Weiß ich nicht Oh Gott Wo bist du denn? Ach da Ich bin hinten Ich warte hier mal auf dich Ja das sah sehr knapp aus Das war auch knapp Wir haben es geschafft Das ist so eine Art Radioturm oder sowas Help 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 Is anyone there? Answer me Help me What? Hello? Who are you? What? Who are you? What? Who are you? Area? That area That area Is I You cannot What? Hello? Hello? Help me What? What? Ich mag schon wenig sagen aber das hört sich nicht gut an What? Was steht da oben? Unknown Äh was passiert hier gerade? Alter Guck mal da oben Unknown What? This is the APATF Auto Messanger The area you are located in has been locked off due to high alerts of TNA All connections with the outside world are blocked All the rescue procedures are strictly prohibited If you leave the area you will be killed on sites What? What? Hast du das gehört? Hast du das gehört? Ja Wenn wir diese area verlassen werden wir einfach gekillt Ja 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 und jetzt? Ich keine Ahnung Wir kommen auch nicht mal nach unten Ich komm nicht runter Ich auch nicht Was geht hier ab? Wo? Ein vor Oh Wir haben es geschafft glaube ich Ich glaube auch Oh Das lese ich jetzt nicht vor ja Digger ja komm mal hier lang ich kann man sich das nur angucken Frozen Winter 2 kommt beide ok ich musste eigentlich, ich fand die Mappen gar nicht mal so scheiße hat echt Spaß gemacht de 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 oder ich fand die cool war cool damit das mal geschissen bekommen hat, mit dem äh, mit der Taschlampe geht es Ok Freunde, dann bedanke ich die Kunde, ich muss kurz niesen Kunde Ok, doch nicht Freunde, ich bedanke euch fürs Zuschauen Macht euch noch einen wunderschönen Abend Danke, dass ihr dabei wart Und wir würden uns über einen Daumen nach oben freuen Bis zum nächsten Mal, tschüss Ciao